Das East von Never Summer, unser härtesches Carving Board in der Linie. Ausgestattet mit einem vollflächigen Carbon Top Sheet, was extrem kratzresistent ist und gleichzeitig auch die Härte vom Brett widerspiegelt. Unterstützt wird das Board mit einem dickeren Holzkern, der Fairfield Power übermittelt. Gleichzeitig sind die Carbon Swinger im Top Sheet Bereich ein großes X drin und im Base Bereich komplett zwei Carbon längliche Streifen drin, was das Brett extrem steif und responsemäßig ganz nach oben schießt. Wenn ihr ein Board sucht, wo ihr maximal karven könnt, ist es genau das richtige Board. Ihr habt eine effektive Kante von Nose zum Tail, was sich kein Fehler erlaubt und extrem gut reinfräst in den harten Schnee. Ihr habt ein Ripser Profil, was heißt, das Board hat in der Mitte einen minimalen Rocker und erhöhte Camperzonen unter den Füßen für sehr viel Power. Eine sehr flache Nose, um bei hohen Geschwindigkeiten keine Vibrationen oder keine Schläge spürbar zu machen. Mit einer P-TECH 7000er Base seid ihr auf jeden Fall der Schnellste auf dem Zielweg und auch auf der Piste sollte keiner an euch vorbeiziehen können. Wenn ihr eine Carvingmaschine sucht, das neue ist von Eversummer.